Hallo, heute beschäftigen wir uns mit der Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung NTG aus dem Jahre 2018-1. Besprechen möchte ich die Aufgabe 7. Und bei der Aufgabe 7 geht es um die statistische Auswertung verschiedener Noten, die über verschiedene Jahrgänge protokolliert worden sind. Und die erste Frage, die sich in dem Text ergibt, lautet, ermitteln Sie die Mittelwerte der einzelnen Jahrgänge? Das wäre gewissermaßen das hier. Die Frage x-quer, das ist also Mittelwert der einzelnen Jahrgänge.